In den letzten 14 Tagen ist dieser Herr, der bei mir auf der Couch sitzt, wortwörtlich quer durch ganz Österreich gelaufen. Und heute ist er in Wien angekommen und hat gleich den Weg zu uns ins Studio gefunden. Vielen Dank fürs Kommen, Thomas Wacher. Und du hast uns mitgebracht, Yvonne Rueff und Danz ergänzt Kenzer. Das ist die Dame, die dir das quasi eingebrockt hat. Aber sie fühlt ja immer gut im Sinn. Muss man auch gleich dazu sagen zu deiner Verteidigung. Zwei Wochen warst du unterwegs, bis du jetzt bei uns gelandet bist. Dein Befinden ist in Ordnung, wir haben Wasser für dich. Fehlt es dir an irgendwas? Nein, alles gut. Alles gut. Aber man kann sagen, du bist jetzt zwei Wochen lang täglich einen Marathon gelaufen. Wie viele Kilometer waren das pro Tag? Durchschnittlich zwischen 50 und 60 Kilometer. 50 und 60. Das heißt, man ist da wie viele Stunden pro Tag unterwegs? Zwischen vier und fünf Stunden. Vier und fünf Stunden. Ohne Pause? Ohne Pause. Durch. Warum, außer wegen Yvonne Rueff, wenn sie darum bittet, tust du dir diese Strapazen an für die Krebshilfe? Naja, ich würde sagen, weil das eine riesen Herausforderung war für mich und die Strapazen, ob das der Körper aushaltet und durch das, dass ich überhaupt gerne laufe, mit einem guten Zweck zu verbinden, ist das natürlich eine super Sache. Über die Strapazen werden wir ein bisschen später noch reden und da werden wir uns auch was Schönes anschauen. Jetzt würde ich mal gerne dich fragen. Also das Ganze hat den Sinn gehabt, jeden Kilometer, den der Thomas gelaufen ist, habt ihr von der Krebshilfe quasi fünf Euro bekommen. Das heißt, der ist für die Krebshilfe. Für die Krebshilfe, genau. 800 mal fünf ist 4.000. Wir haben mehr. Noch mehr. Wir haben mehr und wir werden auch noch mehr zusammen kriegen, weil wir feiern ihn morgen so gebührend, weil das muss einfach sein. Und da werden wir auch noch weiter sammeln und ich bin mir sehr sicher, wir kommen auf 5.000 Euro für das ganze Projekt. Jetzt stellt sich aber die Frage, das Geld vermehrt sich ja nicht im Laufschritt. Wer zahlt denn diesen Betrag dann für euch? Also er selber hat sich gekümmert, dass Sponsoren da waren. Also er ist nicht nur gelaufen, er hat auch die ganze Arbeit rundherum begonnen zu machen. Wir haben die dann fortgeführt. Wir haben unsere Leute von dem Projekt erzählt, auf Facebook eine Riesenseite gemacht, die Leute eingeladen und eben gesagt, fünf Euro ist jetzt nichts, was man sich nicht einfach leisten kann. Es ist ein Kilometer und es wäre halt schön, wenn jeder versucht, ein bisschen was beizustellen. Wir haben Events in der Tanzschule gemacht, wo wir gesammelt haben. Wir haben ihn schon bei einem Event von Dance Against Cancer in Wien gehabt, wo auch gesammelt wurde. Und ja, dann ging das so dahin und irgendwann haben wir gesagt, der ist halb in Österreich, kommen wir schon an, dann geht es noch nicht weiter. Und dann sind wir schon fast durch gewesen. Und dann irgendwann war er in Wien und dann haben wir noch mehr. Und dann haben wir gesagt, ja, aber wir lassen ihn jetzt nicht noch eine Ehrenrunde laufen, sondern wir sammeln jetzt einfach zusätzlich. Apropos Ehrenrunde, wir würden sagen, wir schauen uns mal kurz eine Ehrenrunde von dir an. Wir haben nämlich ein kleines Video vorbereitet. Das dürfte vom Wochenende sein. Wenn mich nicht alles täuscht und das Schild nicht lügt, bist du da gerade beim Melk vorbeigelaufen. Du hast aber noch Kraft für das, was in Wien bevorsteht. Was steht dann noch an morgen, glaube ich, ist es dann so? Ja, morgen wieder zu den Bezirksvorstehern, damit man in Wien den Leuten mal zeigt, was quasi Durchhaltevermögen und ja, also für mich ist ja der Mann des Jahres eindeutig. Siehst du das auch so? Bist du schon auch stolz, wenn man darauf zurückschaut, was man da zwei Wochen lang dann vollbracht hat? Irgendwie schon, aber irgendwie muss ich auch sagen, ich finde das gar nicht extrem, was ich eigentlich gemacht habe oder ich realisiere das gar nicht noch vielleicht. Vielleicht realisierst du das, wenn wir uns jetzt die Landkarte anschauen, den Weg gelaufen ist, da sieht man nämlich, also ich nehme an, also du hast eigentlich da nichts ausgelassen? Nein. Wo ist der Start losgegangen? Wo war das Ziel? In Bregenz. War der Start oder das Ziel? War der Start. War der Start? Macht Sinn, weil wir sind zuerst verschränkt. Ja. Gut, wir haben gleich noch ein Foto, glaube ich, vorbereitet, wenn ich mich nicht täusche. Du bist bei wirklichem Wind und Wetter vorbeigekommen, wo war das? Das war am Adlbergpass auf 1800 Höhenmeter. Kleidungstechnisch war das dann irgendwann mal problematisch? In Wien hat es ja, glaube ich, heute 18 Grad gehabt. Wir sehen übrigens schon was. Das wollte ich ja noch gar nicht von mir sehen. Ich wollte auch gar nicht von mir sehen, denn das ist tatsächlich nicht nur eine Zehe, es ist deine Zehe. Ja. Womit hattest du da zu kämpfen? Also hat der Körper das wirklich alles gut mitgemacht? Ja, muss ich schon sagen. Also die mit der Zehe war, nach fünf Kilometern waren die Schmerzen vorbei. Die schaut auch jetzt noch so aus? Die schaut auch jetzt noch so aus, muss ich sagen. Aber musstest du irgendwann mal zum Arzt? War mit der Condi alles in Ordnung? Es war, muss ich sagen, am ersten Tag hatte ich gespürt, dass irgendwas mit dem unteren Fuß, mit den Sehnen irgendeine Entzündung ist. Und am nächsten Tag in der Früh war der total angeschwollen. Und da habe ich mir gedacht, ich muss zum Arzt wenigstens kurz, um nachzufragen, ob ich mir was für die Zukunft tue. Und der Arzt hat sich gesagt, nein, es wird halt sehr schmerzhaft, aber für die Zukunft tue ich nichts. Und ja, dann habe ich mir gedacht, okay, dann probiere ich es weiter. Ich habe auf jeden Fall allergrößten Respekt vor deiner Leistung und es hat ja auch was gebracht. Ich hoffe, ihr könnt damit wirklich was Gutes anfangen. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei euch, dass ihr bei uns im Studio wart. Bitte, gerne. Gerne. So, vielleicht waren Sie am Nationalfeiertag ja am Heldenplatz und haben dort den Burschen vom Bundesheer beim Strammstehen zugesehen und quasi in Sichtweite entfernt, nämlich in der Ovalhalle im Museumsquartier. Da wurden europäische Gedanken zum Nationalfeiertag ausgetauscht. Experten haben sich da quasi unter dem Titel, brauchen wir eine europäische Rubrik unterhalten? Schauen wir mal, ob die auf diese Frage eine Antwort gefunden haben. Bitte schön.